Musik Der Sankt-Quentin-Platz ist heute das Herzstück von der Liste. Der Platz liegt der wunderschönen gleichnamigen Kirche gegenüber. Er entspricht völlig den Bedürfnissen der neuesten Stadtplanung und stellt einen der wichtigsten gesellschaftlichen Treffpunkte von der Liste dar. Gegenüber der Pfarrkirche gibt es einen breiten Pflastertenplatz, der von kleinen Bäumen und Bänken umgegeben ist. Man kann hier in aller Ruhe auch mit Kindern spazieren und sich entspannen. Musik Die Sankt-Quentin-Kirche lag früher ausserhalb der Stadtmauern, auf dem offenen Land. Sie wurde dorthin gebaut, damit die Kranken, die ins früher nahegelegenen Sankt-Quentin-Krankenhauses aufgenommen wurden, leicht ein Gotteshaus erreichen konnten. Erst im Jahr 1875 wurde sie die Pfarrkirche von der Liste. Musik Die zweite Ordnung der Kirche ist sehr fein verziert. Musik Hier befindet sich inmitten gemischter Dekorationselemente in der Mitte des prunkvollen Bibels eine Nische mit dem Gemälde des Schutzpatrons Quentin. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020